Fakten zu diesem Stück. Queen hat mit Fat Bottom Girls die 80er gerockt und Roger Ender hat es eigens für unsere Jugendmusik arrangiert. Ein Dank gebührt auch Giovanni Di Tata als Spender von der Garage Ebnet in Engelburg. Auch das dritte und letzte Stück von der Jugendmusik Geiserwald hat unsere Allzweckwaffe, Roger Ender, arrangiert. Kennen Sie es bestimmt auch alle? Da 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 Also wahrscheinlich kennen Sie es auch jetzt noch nicht, aber danke für ihre Selb- und Gesangseinlage. Aber wenn ihr Jugendmusik gespielt wird, sicherlich auch das James Bond-Thema von Monty Norman. Filmreife Frisuren gibt es auch bei den Sponsoren von diesem Stück Coiffeurs à la Astrid in Engelburg. Jetzt nochmals die Bühne frei mit dem letzten Stück von unserem Nachwuchs. Applaus 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 Selbstverständlich hat die Jugendmusik auch noch eine Zugabe für Sie vorbereitet. Sie hören nachher dann im Anschluss Vicky und die starken Männer. Auch dieses Stück stammt vom Moschee, er hat es nämlich für Blasmusik allmarschiert. Anschliessend gibt es dann eine kurze, etwa 10-minütige Pause, damit wir uns von der Musiksehnschaft in die Position bringen können für unser Konzert. Sie können sich also dort nochmal mit Getränk aufmunitionieren, damit sie nachher frisch gestärkt für das Konzert bereit sind. Viel Spass jetzt nochmal mit der Jugendmusik! Applaus 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 Aus genau dem Grund haben wir die Nummer auch ausgewählt, also quasi speziell für euch, liebe Ergenzinger Musikanten. Geschrieben hat das Stück Peri Rickenbacher und arrangiert Franz Watz. Wie immer sind die Podcasts gesponsert vom Hans-Peter Hardegger Elektro AG in Engelburg. Für ein anderes Jubiläum geben wir unserem Ehrenpräsident Walter Rachsner das Mikrofon und bitten ihn auf die Beine. Es geht nicht um ein halbes Jahrhundert, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern um ein viertel Jahrhundert. Ich habe gestern einen Mann ehren, der sonst alle anderen verdrängt und ehrt. Das ist unser Präsident Daniel Rachsner. Mit seinen 25 Jahren als Aktivmusikant ist Daniel am 17. September 2010 an der Kreis-TV in Abdeville zum kantonalen Veteran ernannt worden. Seine Verdienste für die Blasmusik im Allgemeinen und für die Musikgesellschaft Engelburg im Speziellen sind enorm. Ich glaube, er hat auch heute darum einen reich herzlichen Applaus verdient. Applaus Erlauben Sie mir noch schnell etwas. So eine Musik wie ein halbes Jahrhundert hören Sie noch viel mehr am 21. Mai im Frühlingskonzert von den Bauernmusikern. Doch jetzt geht es weiter mit der Musikgesellschaft Engelburg. Wir spielen Ihnen den Marsch aus an Bern von Karl Friedmann, später SFL Spedition Freilager und Logistik AG, Josef Meska Engelburg. Herzlichen Dank. Applaus 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 Musik 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 Musik